Durch die Straßen von Jubeck zu fahren, zeigt mir immer wieder, was für eine tolle Lebensqualität wir hier haben. Kommt mit! Wir zeigen euch, was unser Jubeck so besonders macht. Der Bahnhof. Unser Dreh- und Angelpunkt. Mobilität. Für Menschen jeden Alters. Das ist unser Antrieb. Schnacken und Lachen. Für Jung und Old. Das gehört auf jeden Fall Ucto-Tou. Wenn die einen finden, man ist groß und die anderen finden, man ist klein, dann ist man hier genau richtig, im Kindergarten Siebenstein. Die Grundschule Jubeck. Demnächst auch mit Suppentopf und Bratpfanne. Da kommt auch der Schulhund Ernie gerne zum Unterricht. Es sind Momente wie diese, die unser Jubeck so besonders machen. Ein kurzer Stopp, um die Schönheit um uns herum aufzunehmen. Ich denke, meine Fahrgäste spüren das auch. Es sind solche stillen Momente, in denen man wirklich versteht, was es bedeutet, hier zu leben. Wir sind immer am Ball. Auch wenn wir mal nicht richtig treffen, sind wir ein starkes Team. Anderen helfen und Verantwortung übernehmen. Das ist unser Antrieb, um Leib und Leben zu schützen. Und wenn man was isst, rundum gut versorgt, von Allgemeinarzt bis Zahnarzt, Apotheke, Physio und Ergotherapie. Alles für unsere Gesundheit. Jubeck, die wahre Mitte zwischen Nord- und Ostsee. Wir leben Demokratie und Vielfalt. Stark in Jubeck ist nicht nur unser Motto, sondern auch das, was wir ihr anbieten. Auch wenn es zu Hause nicht mehr geht, dann im Seniorenzentrum leben wie in einer Familie. Morgen werde ich wieder durch diese Straßen fahren. Viel Lebensqualität. Und immer ein freundliches Moin. Das ist unser Jubeck. Das ist unser Jubeck. Untertitelung des ZDF, 2020